Hallo und herzlich willkommen zurück zum Borderlands 3, dem Hochzeits-DLC. Ich weiß, in deinem Kopf klangst du, als würde ich sagen LS19, aber nein. Wir sind gerade bei den Wendigo zu erliegen, aber wir brauchen dafür noch ein Betäubungsmittel. Deshalb sind wir gerade hier unterwegs. Ist das... Die neue Waffe hat ja ordentlich Wumms. Ihr habt Wumms, ja. Also, immer her damit. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, ich will nicht wissen, was die Leute hier schlucken. Ne, ich will es auch nicht wissen. Klar, noch, geht drauf. Ähm, okay. Ein unvergessliches Gemetzel. Und das wieder so ganz dicker. Oh Gott. Der Knirr ist weg, aber... Ah, hier ist der. Kannst du sagen, dass ich den Soundbug habe? Umwie ist es bei mir der gesamte Sound gerade gedämpft. So ein bisschen, ne? Ja. Okay, also es ist nicht nur bei mir. Okay. Nein. Also es ist schon mal schön, dass es kein Problem anderes ist. So, zwei Waffen. Da oben? Okay, wir sollen jetzt nach oben kommen. Äh, hier hinten. Ach so. Wenn man den Gang lang auf dem Tobi nicht steht. Mit diesem ein Safter kannst du jedes beliebige Gebräu herstellen. Die Brauer haben ihre Lieblingsrezepte hier irgendwo rumliegen lassen. Ich schlage vor, dass du für deine finsteren Zwecke nur die stärkste Variante zusammenmixt. Okay. Na, das ist aber wieder ganz klar. Hm, ich hab's. Äh, zuerst Säure, dann die Qualle und dann Wasser. Säure, Qualle, Wasser. Wie ist denn das jetzt nur zu bedienen? Ne, ne, ne. Ne, das Wasser muss ganz hinten hin. Ne, warte mal. Ja, das muss in die Mitte. Die Qualle muss in die Mitte. Ja. Nein. Nach links jetzt. Ach so. Das Rezept. Das ist das stärkste. Ja, ich sehe es gerade. In die Mitte. Da kommt garantiert die Säure. Wo, oder? Ja, links. Gibt's nix. Ja. Perfekt. Aber nicht einatmen. Nimm das Pilzgebräu auf, Kammerjäger. Vorsichtig. Findet sich nur an verlassenen Orden, die unheimlichen Pilzwalter und Bio-Supermerken. Okay. Herrlich. Der Humor ist wieder schön. Waffenkäste. Wieder eine normale. Eine blaue. Guter Fund. Eine Silane. Aber nur eine einfache Pistole. Ja, aber mir ebenso. Oh nein. Nein, bitte nicht. Ohne Blut kannst du nicht leben. Ich sehe es auf der Mini-Web, das Geschenk. Ich bin weg. Ja. Aua. Ja. Ja. Ja, ist da. Ich würde wieder so verdammt auf Schlenzer. Was? 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 Da hab ich meine Frage, was das sein soll. Flens richtig rum. Habt ihr Flens noch? Ich glaub ich war schon, wie war das Geschenk ankommen. Hup! Einmal Waffenkiste, aber wieder nur Schrott. und dann hat er mich eingesperrt. Zum Glück hatte ich Paul noch bei mir, also bin ich ausgebrochen. Aber erst habe ich einer als Stiftrolle stiftet, auf der steht, wo die Parle des unzündlichen Wissens ist. Ich zitiere. Ich warte direkt hinter dem Schleier, in der Klage den Kluft von Tik Durga March. Nun, das ist wohl mein Hinweis. Ich muss los. Äh, was? Ähm, ich klappe dort nicht die Rede? Ähm, oder hat Hyperion seit neuesten Claptrap-Einheiten mit Teleportationstechnik ausgestattet? Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Dann ist die Nervensäge überall unterwegs. Mhm. Überall und irgendwo. Ja, erstmal Skillpunkt verteilen. Ähm. Da drauf und dann noch eins da drauf. Gucken wir noch jetzt lang. Ah. Ah. Das war's mit ihm. Hä? Guck. Unbesiegbar. Eine Hälfte, da. Guck. Wo ist denn noch einer? Da? Da. Guck. Nach oben, komm. Guck. 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 schon wieder so ein verdammter abgas alphard giftgas grieche dorn das war nee noch eine waffengeste aber vergiss es nur bist du bei mir Automaten, wir können mal verkaufen gehen. Hier oben sieht es wieder aus wie verstecktes. Nö, nix da. Was haben wir denn hier? Nope. Wobei, noch ein bisschen Monexion. Die behalten wir doch noch kurz. Nö. Die Höhle des Winnie. Stähle dich. Nach dem, was ich von dieser Kreatur erfahren habe, wird dies keine einfache Jagd. Er ist gerade nicht da. Was für ein Glück. Schnell, gib mir den Köder. Gib mir Kraft, Winnie. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Okay. Die Kreatur kommt. Es geht los. Hast du die Pistole gerade da durch das Bild fliegen sehen? Äh, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber wenn, da war es mein Tier. Äh, wo ist der Junge hin? Ah, darum. Ja, da schluckt er ordentlich. Leider. Quatsch. Und getaunt und jetzt kriegt er aufs Maul. Aber, ähm, ich packe in dem fest. Vielen Dank. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Haus, dear. Haus, dear. Haus, dank für die Blumen. Das war unangenehm, aber trotzdem vielen Dank. Ach nee, kommen keine Ads. Was? Wo? Hä? Nein, nicht schon wieder ich. Oh ja, ich soll am Leben bleiben. Alter. Also... Das ist ein verdammt harter Kampf. Ich weiß nicht, was die sich hier beim Pelixin gedacht haben. Wenn das so weiter geht, gehen wir hier wirklich noch unweigerlich drauf. Einer der Ads ist zumindest schon mal da und schon mal etwas. Aua! Mann! Langsam macht es echt keinen Spaß mehr. Ach nee. Von denen sein Ads ist der letzte gleich... der letzte ist down. Ja... 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 Ach nee, jetzt kommt schon wieder Ads. Was? Wo ist er? Äh, wieder oben auf der Plattform. Mach ich! Mach ich! Oh! Raus hier! Gott der Verdammte! Jetzt nur noch raus hier. Hm... Ich bin gleich raus hier. Wenn das so weiter geht... Ich bin gleich... Danke du! Möchtest du etwas Kram aus meinen Taschen? Gut, dass jemand meinen Guardian Angel hat. Ja, aber... Der zündert auch nicht so... Oft, dass das hier wirklich... OP helfen würde. Aber immerhin. Wirst du auch nicht, Hemi. Jetzt halt die Schnauze. Ich hoffe mal, es hilft, dass ich eine Schrottflinte von Tok mit Kryoschaden habe. Sie wenigstens ein bisschen extra Damage drückt. Oh, jetzt habe ich den Bauch. Aua! Aber... Ich brauche mal etwas... Gesundheit. Hier sind noch ein paar Kisten am Rand der Arena. Hab schon. Okay. Ansonsten hoffen wir mal, dass die paar Ads noch was troppen. Äh, nicht in dem Ding stehen bleiben. Ja, wie kann ich mich weiß jetzt? Ja, Gott, noch mal. Ja, wo ist das denn? Mann! Ja, Hälfte haben wir ungefähr. Ja, Hälfte. Ja, wir müssen jetzt die Arena für uns nutzen. Die Eisprokte, die hier stehen, wird die Feuertankungen wenigstens abwehren. Komm mal hin. Oh, oh. Vorsicht! Der liegt. Oh, dem war ich gut, der Match. Der Match. Der Match. Der Match. Eieieieiei. Jetzt haben wir in der kurzen Zeit schon wieder knapp ein Viertel von der Gesundheit gezogen. Das ist auch nicht. Wenig. Oh, oh. Jetzt hat er mir auch fast alles abgezogen. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab. Zum Glück habe ich mal die T-Rex-Skill, dass die mich retten können. Das wäre ich jetzt schon etliche Male draufgegangen. Du bist zu gütig. Komm, einer von denen muss zumindest weg. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da um. Bleib doch hier. Ja, ich nehme ihn ins Visier, aber mit meiner... Oh, oh. Alter Verwalter. Ich habe gleich keine Muni mehr für die Schrotflinte. Das ist ungünstig. Ich rechte mal auf den hier. Nee, komm. Ich würde sagen, das war's. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, das wird gleich gewesen sein. Das war der Todesstoß. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Oh. Schau dir die Trophäen an. Das muss das Kalb sein. Schnapp es dir für Eistam. Einmal lila. Vielen Dank, Vendigo. Verstehe. Ich hab' gar keinen lila. Ja. Unterwältigend. Stell dir das mal auf dem zweiten Spielverlauf vor. Mhm. Was ich vorhin gesagt habe. Über meine Verwirrung. Als ich den Wendigo erblickt hatte, spürte ich Furcht im Herzen. Aber als ich an Winnie dachte, wusste ich, dass nichts so blasses und formlich ist. wie Furcht mir jeden Weg stehen kann. Ich wurde überhaupt erst Jäger, weil ich, solange ich denken kann, auf der Suche nach etwas war. Und jetzt, wo ich es gefunden habe, bin ich dennoch auf der Jagd danach. Ich möchte jetzt an Winnies Seite sein. Du hast die Trophäen. Kehre damit zu Eistar zurück. Viel Glück, Kammerjäger. Danke. Danke, Hemmi. Hoffentlich kriegen wir hier aber noch eine Waffenkiste. Hoffentlich. Wenn ich, dann ist es eben so. Ja, wir kriegen ein, ob das aber eine gute ist, ist die Frage. Naja. 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 Einmal blau. Was hast du denn da, Herr Schnüffel? Hier gibt es noch mal was. Okay, das ist... Oh, Legendary. Och, Mann. Oh, eine Granaten-Mod. Ein etwas besseres Schild, okay. Ich hatte auch noch einen Granaten-Mod. Was wollen das? Money Longbow. Feinde lassen etwas Geld fallen, wenn sie Schaden erleiden. Hat sogar ein bisschen mehr Schaden als meine jetzige Granate und ist Longbow. Solche lebe ich ja seit Broadlands 2 Zeiten. Oh. Aber, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut doch mal beim Endo vorbei. Und bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.